Ah, oi, oi. Oh, oh. Nein. Nein, Kevin, ich mach das nicht. Ne, hatte ich auch nicht vorstehen zu bleiben. Dann war's so gut. Oh shit. Leuchtparty, Kirmesparty, Kirmesparty, aber uns ist grad Kirmes sogar. Echt? Ja, aber ganz klein. Ich glaub nur ein Karussell und drei, vier Sachen, wo man was findet. Was will ich machen? Ich wohne im Dorf, also... Ja, also... Oh cool, danke. Nein! So stark, ey. Fast perfekt. Easy. Nein, aber fast perfekt, obwohl ich noch nicht erwischt worden bin von dem Ding. Nee. Neon Party. Blub. Neon Party. Blub. Neon Party. Das sah aber jetzt optisch so aus, als hätt's geschafft, ey. Optisch sah das so aus, aber... Ja, das sah optisch so aus vom Licht her, als ob ich da genau perfekt lande und dann den Schwung mitnehme und dann zu kurz. Was? Das ist wieder Pachinko! Das 18. Loch ist Pachinko, ey. Zu kurz ist aber schade, Kevin. Toll. Yay. Okay. Easy. Oh, 1313. Der Neon Baum sitzt drüber. Neon Baum! Ich find's auch krass, was man da so alles machen kann mittlerweile, ne? Klar. Es ist mittlerweile alt, schon länger, aber... Wie alt ist das Spiel? Äh... Alt. Aber... Äh... 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 Blub. Es ist halt ein paar Jahre schon... Äh... Ja. Äh... Mindestens 2017 oder so. Also noch vor Corona kam's auf jeden Fall. Das stimmt. Das ist eigentlich das perfekte Spiel für Corona gewesen, ne? Das war zu stark. Direkt ins Loch rein. Ich brauch keine Schuhe. Wir sind grad echt im Gleichschritt, ne? Ja. Komm schon! Oh, Mann, ey! Da hab ich die Chance auf Mode in One und dann kurz davor, ey. Wieso ist das Leben, Kevin? Niii... Wo gehst du denn grad und ich nicht? Ne, keine Ahnung. Muss richtig einstellen. Der war richtig, aber der flog dann ein bisschen schräg. Pssst. Pssst. Hahaha. Ich wundere mich die ganze Zeit, ne? Hey, warum hab ich keine Musik? Aber klar, ich hab die Musik ja ausgemacht, ne? Damit man mal nicht... Das ist nicht schuld. Ich hab gute Musik. Ja, ich hab keinen Bock die ganze Zeit immer diese Dings zu bekommen. Da Urheberwäsche und so. Nee, boah. Wir verdienen ja kein Geld damit. Also du nicht, aber... Ja, aber generell ist es halt ein bisschen... Ist doch cool da ein Video mit... Nein! Boah, Glück gehabt. Dann mach ich sie kurz an. Ja, genau. Oh, ich kann sie gar nicht anmachen grad. Jetzt hab ich... Nein! Weil ich automatisch, sobald ich dann ins Menü möchte... Ah, jetzt geht's. So, Musik ist da. Okay, gut. Ja, ich roll noch runter. Ja, die... Guck mal, ich hab's mir grad versaut. Du kannst dich auch zurücksetzen, das kommt dasselbe. Schock. Ja, okay, eine Map geht mal an dich, Kevin. Das ist okay. Das hat das nicht. Wir haben noch ein paar Maps. Äh, paar Runden. Und auch so haben wir noch Bajinko. Ja, ich glaub ich lieg ein bisschen beschissen als du. Das stimmt. Oh! Guck mal, du bist doch einer, ey! Das hab ich nicht gewollt. Dann schlägt er mich da einfach weg, ey! Ey, ich wär auch reingegangen, also so ist es nicht. Das hat uns beide sozusagen eins gekostet. Nimm mich mit! Nimm mich mit! Danke! Huuu! Ne, ne? Guck, wo ich stehe. Oh, das ist Zeit. Das Ding... Das Ding hat mich echt hier hingeschoben, ne? Oh, das ist... Jovi, du hast mich weggedollt! Ja gut, aber du hast nur eins gebraucht. Aber zwei. 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 Oh Gott! Komplett aus am Start ist ja richtig mies schon. Uh, 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 uh. Das ist pures Glück, oder? Nein! Nicht minus... Wie ist das Minus? Ja, da gibt's minus eins. Nicht so stark, Mann! Warum? Wenn du zu stark machst, fliegst du doch... Ja, 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 nein, auch kaum in falsche Richtung jetzt. Da hast du gewonnen jetzt. Warum? Du kannst doch minus eins bekommen. Ach, dann bist du noch zur Entführung. Wo ist ein Minus eins? Ich sehe natürlich bei Minus eins. Rechts und links. Ganz rechts, ganz links. Na, ich will aber niemals ein Ziel. Ist doch Ziel, so. Ja! Yay! Ich wusste gar nicht, dass das unten das Ziel ist. Gewonnen! Woo! Yay! Na, guck mal, da ist er direkt angepisst. Oh, yay! Yay! Woo! Woo! Das ist gut. Aber die war auch gut, ey. Auch optisch. Ja, die ist gut. Die ist gut. Jetzt wo du gewonnen hast, ist die gut. Nee, als optisch war die auch geil. Ich kann kein Spahn. Ich kann kein Spahn. Jede Map kann man hacken. Okay. Und ich kann halt gut Spahn nicht, ne? Total. Nein. Naja. 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 Achtet er nicht mehr auf die Map, ey. Dass ich schon markiert, wie du schlagen musst und dann machst du es nicht. Ich bin enttäuscht, Captain. Ich habe einfach nur geschlagen. Wow! Was ist das für ein Break? Das war ja der Mega-Break des Todes, ey. Das stimmt. Ey. Okay. Also, so machen wir das aber nicht so. Gewinnen, ne? Ich bin dafür um die Kurve gefahren. Ja. Und dabei hast du mich um die Kurve gebracht. Um die Ecke gebracht. Ich habe dich um die Ecke gebracht? Nein! Wollte ich doch gar nicht. Das hat mich einen Schlag mehr gefasst. Ja, ja, ja. Na, tatsächlich. Hä? Hä? Okay. Okay, man soll jetzt dagegen schlagen und dann... Ah. Was mag ich das tun? Also, ich kann das so nicht lesen. Fuerte, Costa, Pervo, Escon, La Fresca... Du wirst das zählen. Wo liest du denn was? Ich habe gegen die Pflanze hart gekriegt und dann kam das da. Ja, ist mir schon klar, dass er das Ziel ist. Ich übersetze mal gerade. Und so geradeaus kann man auch nicht schlagen. Ja, ich übersetze mal gerade. Naja. Du kannst auch einfach anders schlagen. Ah! Ich habe es verdammt. Ach, verdammt! Was heißt das in Deutsch? Ich brauche keine Übersetzung. Ich weiß, wie auch was ich machen muss. Ich muss auch wirklich richtige Stärke herausfinden. Der Text, den du siehst, äh, gibt nicht so stark. Also, es ist etwas schwierig, aber mit der richtigen Kraft. Ach, das habe ich auch so herausgefunden. Ohne Text zu lesen. Ja. Hä? Hä? Wieso fliege ich nicht mehr hoch? Das ist halt mit der richtigen Kraft. Nee, ich fliege halt gar nicht mehr hoch. Das ist das Problem. Du musst halt den richtigen Winkel. Ich habe die ganze Zeit eben immer gegen die Pflanze geschlagen. Und auf einmal schaffe ich nicht mehr hoch zu fliegen. Hä? Das ist jetzt merkwürdig. Solange du nicht probiert hast, habe ich das jedes Mal geschafft? Naja, liegt da nie. Was ist das Ziel? Ja, du schaffst ja auch nicht zu fliegen mehr. Aber so schon. Ah. Oh, ich bin auch so. Jetzt, wo ich außerhalb der Schläge bin, ne? Na, danke. Na, ist nämlich das Ziel. Ja. Das stimmt. Wie dachte ich, das ist das Ziel? Wie dachte ich, das ist das Ziel? Das ist das Ziel. Das ist das Ziel. Ich habe es geschafft. Danke, Kevin. Roll, 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 roll. Verdammt. Jawoll. Oder in die Kiste, musst du wissen. Ja, die Kiste. Ich bin noch nicht alt genug dafür. Aber wenn die Kiste... Habe ich schon mal gesagt, dass ich so nicht mehr passe? Ja, ich glaube schon. Jedes Mal bekommen wir die und die ist halt so beschissen. Das ist wahrscheinlich so eine Standardoption, die man nehmen kann. Ja, die ist scheiße. Weil ich komme einfach nicht über die Dings drüber. Oh. Jawoll. Ha. Easy. Ist das ja den normalen Weg gegangen? Ja, ja, ja. Nein. Nein, ich habe rechts gegen die Wand geschlagen. Da bin ich rübergefallen. Oh. Ja, bitte, was? Kleiner Looping gegen großer Looping? Wie soll das funktionieren? Was hat denn die Piratenflagge gebracht? Ich glaube, da kriegst du immer Tipps. Aber bringt ja nichts, wenn wir kein Spanisch können, ne? Oh! Nein! Das war so... Ich komme nicht mehr rüber. Wenn ich jetzt fest genug schlage, komme ich vielleicht hinten. Da komme ich gar nicht hinten, okay. Also gut, ich komme nicht rüber. Das war tatsächlich mein Endgegner, Kevin. Oh doch! Guck mal, ich habe abgekiss. Was? Schade. Ich bin außer auf Schläge, oder was? Ich bin außer auf Schläge, schade. Hä? Hä? Bruh? Ja, manchmal bin ich echt verwirrt, was das Ding manchmal hat, ey. Ja, schön! Wir sollen... Wir sollen... Hä? Ich sehe noch nicht mal mehr... Wo soll hier ein Fass sein? Das ist Fass von eben. Ja, aber wo ist das? Ganz hinten. Also müssen wir... Ja, alles klar! Ah, ich bin auf der alten Web wieder. Ah, wir haben uns in der richtigen Stärke schlagen. Und dann musst du auch noch hoffen, dass das Fass offen ist. Na, ich komme doch nicht mal so weit. Die Weite ist nicht so... Hey, vor allem, man kann die Map ganz schon mal spielen. Yo, ich schläge von der Map runter. Hu! Ja, jetzt habe ich die richtige Stärke! Und da war es zu. Hä? Wie wollen wir die Map nochmal spielen? Ja, warum muss das denn immer zu sein? Ja, ja... Diese spanischen Maps sind irgendwie nicht so, ne? Haben wir die... Haben wir eine spanische App? Bleib offen! Genau kurz bevor ich da war, ist das zugegangen. Eine Frechheit. Einfach nur eine Frechheit. Jetzt bleibt das Ding zu. Das Ding bleibt der Ewigkeiten zu. Was spielst du denn hin? Genau, zur anderen, aber... Jetzt ist das Ding wieder zugegangen. Ah, ich bin raus, aus. Nein. Hab keine Schläge mehr. Ich muss sagen, wir haben jetzt so viel noch nicht geschafft, ne? Wir haben jetzt... Ich hab drei geschafft, drei nicht geschafft. Ja, da war der Winkel schade. Der Winkel war schade. Der war schade. Schade, dass es der Winkel war. Der Winkel. 3, 2, 1... Der Winkel. So! Ne, der heißt doch nicht der Winkel. Nein, der heißt nicht der Winkel, aber der heißt so ähnlich. Der Winkel. Nie im Kino. Wie hieß denn der Typ nochmal? Wendler. Wendler, ja. Wendler, Winkler. Aber hey. Aber hey. Ah, hey. Ah, hey, 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 yo. Ah, hey, wo, hey, wo. Oh, ich spiel mal normale Maps. Warum wollen wir mal abkürzen? Jing, jeng, wadda, wadda, bing, bang. Nein! Stimmt, besser rein als gar nicht, ne? War ja klar, dass ich dann... Besser rein als gar nicht. Hä? Weg da. Okay. Okay. Okay, let's go. Ui, 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 ui. Yay, drin. Double Bocke. Usch, Bocke. Okay. Wenn ich dagegen schlage, wo komme ich denn hin? Ach so, jetzt. Nirgends vorhin. Ja, jetzt habe ich es verstanden. Doch, ich verstehe es auch. Da ist dieser kleine Mini-Hobel. Ja, der irgendwie nichts nicht so viel bringt. Doch, aber jetzt war ich viel zu stark. So. So macht man den Witze. Hä, ich wurde zurückgesetzt. Das heißt, du darfst, du musst rein, du musst direkt rein. Ne. Ich muss gar nichts, Kevin. Ich probiere siebenmal so eine Abkürzung und dann gehe ich normalen Weg. Über... Drü... Über den Looping und dann rausgesprungen aus dem Loch. Das ist eine Frechheit. Ich war im Loch und dann springt er aus dem Loch raus. Aus dem Loch in das Loch um den... Ich bin echt perfekt über den Looping gesprungen. So richtig knapp drüber. Oh, ins Loch, oh Kevin. Okay, ist gut. Und er flog übers Loch, oh nein. Was? Was hast du genommen? Ey. Nix. Noch nicht. Team Map habe ich genommen. Team Map habe ich nicht genommen. Und er fliegt übers Loch, oh, 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 oh. Er fliegt übers Loch, oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Was steht da? Oh, oh. 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 Da ging dann bum 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 und dann macht's nicht bum 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 bum. Bum bum bum. Bum bum bum. Ähm. Ich weiß nicht, wie das geht. Ich flieg raus hier. Übersetze mir das bitte. Als Kuriosität, ich weiß selbst nicht, warum ich den Namen der Karte auf Englisch gesetzt habe. Okay. Okay. Ah. Oh Gott, ey. Nur weil's eine Abkürzung gibt, heißt das nicht, dass man eine Abkürzung nutzen sollte. Das stimmt. Wow. Oh Gott. Oh, das ist so crazy. Das ist crazy. Crazy. Alter. Jetzt muss ich mich echt leicht in die Mitte stellen, ey. Okay. Allerdings habe ich selbst das Gefühl, ich bin verrückt. Ich gehöre in der Karte. 13 Schläge habe ich gebraucht, ey. 13? Ja, ich probiere einmal so, äh, 6, 7, 8 mal die Abkürzung und wenn dann nicht funktioniert, dann gehe ich noch meinen Weg. Das ist auch der way to go, Canon. The way to go. Hm. Hm. Oh, der war gut. Oh, die Abkürzung ist gut. Mhm. Mhm. Der muss es schaffen werden, auf der Bahn zu landen, ne? Ja. Natürlich hast du es ja geschafft. Natürlich. Ey, ich bin sogar fast rausgeflogen wieder. Aber auch nur fast. Der gelbe Kerl. Ich hasse das so sehr. Ich hasse das so sehr, diese Schläge. Beim Putten wäre das manchmal super, ne? Manchmal brauchst du beim Putten so einen richtig gleichen Schlag. Moment, da müsste irgendwas mit dem Boden jetzt passieren, oder? Uah! Uah! Das war zu crazy! Okay. Ich dachte, das ist 6, 7, 8 mal, Kevin. Dann komme ich mal. Ich komme jetzt zurück. Ich mache immer 6, 7, 8 mal und dann so. Oh shit. Oh Gott! Okay. Alter, ich komme jetzt nicht über die Kante drüber. Also, ich kann... Also, so schwer kann ich mir das nicht vorstellen, Kevin. Ja, aber wenn... Dauer... Aha! Kannst du dich so schnell vorstellen, okay? Jetzt muss ich lachen, dass es umfällt. Okay? Okay. Ja, du hast gesagt, du kannst dir das nicht so schwer vorstellen. Du kannst dir das nicht so schwer vorstellen. Ich kann dich mir aber nicht so schwer vorstellen. Du weißt ja nicht, dass es nicht so schwer sein kann. Weißt ja nur, dass es mir nicht so schwer sein kann. Oh ja, einen Schlag hast du noch. Einen Schlag. Ne. Einen, ne? In der Gelände. Okay. Okay, wenn ich dich da jetzt berühre, dann fliege ich aus der Map raus. Wow! Ey, diese Pflanzen sind manchmal so bescheuert. Ja. Woo! Geschafft! Condor! Mit dem... Mit der Pflanzchen? Mhm. Okay, was ist der Sinn dieser Pflanz? Indem er dagegen schlägt. Ja, aber so doch nicht, oder? Du musst so schlagen, dass du halt fest genug bist, um dann gegen das Schild zu kommen und dann rein zu fliegen. Ah, und das noch. Komm. Als ich das gecheckt habe, habe ich einen Versuch gebraucht, ne? Das ist echt krass manchmal. Echt krass, die Natur. Pflanze. Oh. Nein! Oh Gott! Oh. Ich bin doch durchgefallen! Nein, offensichtlich nicht. Wo fliegst du denn jetzt hin? Ey! Mann! War das heftig. Jetzt will ich jetzt... Jetzt ziehe ich durch. Jetzt kommen alle Schläge hier rein. Nein! Ich hätte es geschafft! Er hätte es ja auch warten können. Ey, ich muss nicht, dass du so langsam bist! Okay. Vor allem, ich fliege durch. Aber irgendwie fliege ich dann nicht durch. Nö! 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 zu dreien digga ja ich brauche wieder so kam fünf schläge also 2 3 das habe auch oder so gesagt ich habe meine gar nicht probiert ich warte nicht jetzt habe ich das so rum warum ist es ein erlaubbar weg bitte was ich hab's geschafft das ding ist mies das ist ein magischer jetzt habe ich jetzt hat er vor dem ziel ein hubbel gemacht gott zwölf schläge ich mag nur die sprache von dem ich möchte viel ich muss sagen dass er alle spanischen maps waren nicht gut wird noch gute spanischen maps wie bin ich jetzt habe ich mich reingerutscht also ich fand die dragonball map gut ich war auch spanisch ja ich glaube schon auch mann die sind halt ein bisschen schwieriger fand ich die spanischen ja das sind so so golfe zucht die 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 zwar nicht der da oben angezeigt warum wird noch etwas geschrieben unten wo wird das geschrieben haben wir was geschrieben und ich durchgefallen bin als ich durchgefahren bin heißt es durchgefallen da ist das ziel gott das ist halt dieses dinge bis dann die 17 das ist noch 18 was ich noch wusste 18 ich probiere jetzt noch 17 reinzukommen das ist wahrscheinlich einfacher ok probiert nicht du fliegt nämlich raus haben wir beide gerade der winkel war gut ja irgendwie stärke passt die nach ich bin raus gott 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 ja kommt